Ja, hallo und herzlich willkommen. Es hat zwei Telegram-Sprachnachrichten gegeben, die sich beide auf einen Gerichtsfall in den USA beziehen. Und das hier heute ist die erste der beiden, also das ist von Anthony William von gestern. Und die zweite kam heute und die werde ich auch noch gleich übersetzen. Also zur Erklärung, bei diesem Fall ging es um die Familie Kowalski, die vor Jahren mit ihrer damals zehnjährigen Tochter Maja in ein Krankenhaus gefahren sind, als Maja starke Schmerzen hatte. Dazu gibt es viele Details, aber in Kürze wurde der Familie nicht geglaubt, die Krankheit von Maja nicht anerkannt und den Eltern, in erster Linie der total besorgten Mutter, wurde medizinischer Kindesmissbrauch und auch mentale Probleme vorgeworfen. Und die Behörden wurden deswegen eingeschaltet und den Eltern wurde es untersagt, schließlich das Kind weiter zu besuchen. Also die wurden also von ihrem Kind getrennt, die da im Krankenhaus lag mit totalen Schmerzen. Ich glaube, über drei Monate lang ging das so. Und die Mutter nahm sich das Leben, die hat das nicht mehr ausgehalten, ohne ihre Tochter noch einmal gesehen zu haben. Inzwischen ist Maja 17 und ist mit ihrem Vater und ihrem jüngeren Bruder vor Gericht gegangen. Und jetzt im November gab es ein Urteil. Es wurde ihnen Recht gegeben, ihre Geschichte wurde gehört und anerkannt und es wurde ihnen ein Schmerzensgeld von, ich glaube, mehr als 260 Millionen zugesprochen. Darüber gibt es eine Dokumentation auf Netflix, die heißt Kümmert euch um Maja. Maja mit Y, also wenn ihr das googelt, das findet ihr. Ich selbst habe die Doku nicht gesehen, aber ich habe große Teile des Prozesses gesehen, wo das also alles im Detail aufgerollt wurde und auch die Urteilsverkündung. Und also ich kann nur sagen, wenn man da eintaucht und sich damit beschäftigt, ist es unvorstellbar. Also ich habe eigentlich die meiste Zeit durchgeweint und ich war nicht die Einzige, also man hat das da im Gerichtssaal gesehen. Ja, okay, also das vorab. Und jetzt zu dem, was Anthony dazu sagt. Großer Sieg für chronisch Kranke. Der Fall Maja Kowalski. Anthony William, Medical Medium. Es gab einen großen, großen Sieg für die chronisch Kranken. Ein riesiger, noch nie dagewesener, unglaublicher Sieg für chronische Krankheiten für chronisch Kranke. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall von Maja Kowalski verfolgt habt. Viele haben das. Bei Maja wurde CRPS diagnostiziert. Also auf Deutsch ist das komplexes regionales Schmerzsyndrom und das ist eine der schwerwiegendsten Schmerzerkrankungen, kann man sagen. Es war also bei Maja diagnostiziert worden, aber das Krankenhaus wollte die Krankheit nicht richtig anerkennen und dann wurde Majas Mutter von ihr ferngehalten und sie machten die Mutter für Majas Krankheit verantwortlich. Das erinnert mich einfach an so vieles, was ich seit mehr als 35 Jahren immer wieder gesehen habe. Es ist eine tragische Geschichte. Majas Mutter wurde von diesem Krankenhaus so gequält, von dem, was sie taten. Sie gaben ihr die Schuld an der Krankheit ihres Kindes und erkannten die Krankheit des Kindes nicht. Sie hielten sie voneinander fern. Und die Familie wurde gefoltert. Auf gottlose Art und Weise. Wenn ihr euch mit dieser Geschichte beschäftigt, werdet ihr alles darüber erfahren. Es gibt auch eine Netflix-Dokumentation darüber. Wirklich tragisch. Maja hat ihre Mutter verloren durch das, was sie durchgemacht haben und was das Krankenhaus getan hat. Und wenn ich mir all das ansehe, fühle ich wirklich mit der Familie. Ich fühle mit Maja, mit ihrem Vater, mit ihrem Bruder. Aber gleichzeitig ist es wie ein Wunder, was gerade passiert ist, dass Maja den Prozess gewonnen hat. Und ich habe jahrzehntelang zugesehen, wie Menschen gesagt wurde, sie seien verrückt und nicht krank. Sie würden sich das nur einbilden und es sei Münchhausen. Und das ist noch eine Sache. Sie diagnostizierten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Was bedeutet, dass sie im Grunde Majas Mutter beschuldigten. Und du kannst dir alle Details dazu ansehen. Es ist emotional für mich, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen so viele Jahre lang so viel durchmachen mussten, wo die Krankheit nicht anerkannt wird, nicht anerkannt wird. Es ist verheerend. Wirklich verheerend. Und es hat die Menschen in einen Punkt gebracht, der ist unvorstellbar. Ich wollte das erwähnen, weil ich weiß, dass so viele von euch in der Medical Medium Community chronische Krankheiten verstehen. Ich meine, sagen wir ehrlich, ihr seid die Experten. Sagen wir es einfach, wie es ist, denn ihr seid die Experten. Ihr seid erfahren, ihr habt viel durchgemacht, ihr wisst, wie es ist, sich aus der Asche zu erheben. Und ihr wisst auch von den Psychospielen, der Gedankenkontrolle, Mind Control und der Konditionierung da draußen, wie chronisch Kranke unter den Teppich gekehrt wurden. Ich habe mein ganzes Leben lang darüber geredet und habe es beobachtet. Tausende von Menschen, aber tausende von Menschen, mit denen ich persönlich gesprochen habe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das gleiche alte Theaterstück und das gleiche alte Drehbuch gesehen habe, in dem jemand unter körperlichen Schmerzen, Müdigkeit und verschiedenen neurologischen Symptomen leidet und das einfach ignoriert wird. Und gesehen wird als erfunden oder eingebildet. Und so viele Menschen wurden in diesem Prozess wirklich, wirklich verletzt. Emotional und körperlich. Durch das konventionelle System, das die Leiden der Menschen nicht anerkennt. Und dieser Fall, Maja Kowalskis Fall, ist entscheidend wichtig für die Zukunft der chronisch Kranken. Es ist so wichtig, ein riesiger Sieg. Ich meine, er ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob er als so wichtig anerkannt werden wird. Ich weiß nicht, ob er wirklich anerkannt wird. Aber ich bete dafür, dass er anerkannt und gesehen wird. Und gesehen und gesehen. Denn ich weiß, was passiert, wenn du nicht krank bist und nicht weißt, wie es ist, bettlägerig zu sein und neurologische Symptome zu haben, wo du nicht laufen kannst, kaum sprechen, kaum funktionieren, du kannst nicht duschen, kannst kaum dein Leben leben. Und selbst wenn es nicht so schlimm ist, selbst wenn es nur eine mildere Version davon ist, unabhängig davon, wenn jemand nicht krank ist und das nicht durchgemacht hat und nicht weiß, wie es ist, dann wird er es nicht verstehen. Und es ist dann einfach, dem Menschen selbst die Schuld für alles zu geben. Und was mit Maja passiert ist, ist Jahre her. Sie wurde schon krank, als sie noch jung war, als sie ein Kind war. Und es war ein Rätsel. Und es ist immer noch ein Rätsel. CRPS ist immer noch ein Rätsel. Das sind neurologische Mysterienerkrankungen für die Medizin. Es ist wie bei SPS, Stiff-Person-Syndrom. Diese Krankheiten sind neurologische Rätselerkrankungen für die Medizin. Aber noch vor sechs, sieben, acht Jahren war es wie im finsteren Mittelalter. Damals, 2013, 2014, 2015, 2016, war es immer noch ein dunkles Zeitalter. Und ich erinnere mich noch, als das erste Buch von Medical Medium rauskam. Als das erste Buch rauskam, waren die Reaktionen so wie Was? Es gibt einen Grund dafür, warum Menschen mit neurologischen Problemen krank sind? Das heißt, es gibt Antworten? Virale Entzündungen und niedriggradige Virusinfektionen. Alles Informationen von Medical Medium. Ihr wisst es, ihr kennt die Bücher. Ihr kennt das erste Medical Medium Buch. Es sind niedriggradige Virusinfektionen und toxische Schwermetalle, die eine beträchtliche Menge an chronischen Krankheiten und Autoimmunerkrankungen verursachen. Und je nachdem, zu wem du gehst, kannst du dafür alle möglichen Diagnosen erhalten. In jedem Fall war es das dunkle Zeitalter damals und lange davor auch. Ich erinnere mich, wie ich in den 90er Jahren Menschen geholfen habe, sogar vorher und auch noch in den frühen 2000er Jahren und Informationen und Antworten da rauszubekommen versucht habe. Es war das dunkle Zeitalter der chronischen Krankheiten. Und chronisch kranke Menschen erlitten Schaden, von dem nie berichtet wurde. Gelitten unter der Borreliose-Saga von Fehlbehandlung und Missbrauch. Das System hat Menschen mit chronischen Krankheiten missbraucht. Ich meine, es war einfach schrecklich. Es war furchtbar. Und ja, es verbessert sich. Aber auch wenn sich die Situation verbessert hat, ist dies hier das, was die Welt braucht. Sie brauchte einen Fall wie diesen. Sie brauchte einen Sieg wie diesen für die chronisch Kranken. Sie brauchte Mayas Sieg, weil ihr so viel Unrecht angetan wurde. Ihrer Familie wurde so viel Unrecht angetan. Und wie kämpft man gegen ein System? Und wie kämpft man überhaupt gegen ein System, wenn einem so viel Unrecht angetan wurde? Wenn du so schwer von einem System verletzt wurdest, dass sich einen Dreck um chronisch Kranke kümmert und sich einen Dreck um sie schert. Wie gewinnt man das? Wie besiegt man das? Man kann es nicht. Aber weißt du was? Sie hat es geschafft. Sie hat es getan. Und das ist das Unglaubliche daran. Denn viele Menschen haben ähnliche Situationen wie Maja Kowalski mit einer chronischen Krankheit durchgemacht. Und die Verluste sind so groß. So groß die Verluste. Es wurde niemals anerkannt. Und es gab keinen Sieg. Und es gab keine Möglichkeit dagegen anzukämpfen. Und diese Familie hat gekämpft und gekämpft und gekämpft. Maja hat gekämpft und gekämpft und gekämpft. Wenn du dir die Dokumentation ansiehst, wird es dich umhauen. Und ihr kennt chronische Krankheiten. Ihr wisst, wie es ist, missverstanden zu werden. Und viele von euch haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ihr wisst, wie es vor 20 oder 30 Jahren war. Ihr wisst, wie es vor 10 Jahren war und wie es heute ist. Und ja, die Menschen reden immer mehr über chronisch Kranke und chronische Krankheiten. Aber wir sind immer noch weit davon entfernt, den Menschen die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Und das Verständnis. Und die Medical Medium Information bietet Antworten darauf, was los ist und warum wir krank sind und alles. Aber das System ist immer noch kaputt. Sowohl die Alternativmedizin als auch die Schulmedizin. Dieses System ist immer noch kaputt. Deshalb ist das, was hier mit Maja passiert ist, so bahnbrechend, so unglaublich. Dinge wie dies passieren einfach nicht. Sie passieren einfach nicht. Auf der Welt. Das tun sie einfach nicht. Und sie hat den Fall gewonnen. Die Familie hat den Fall gewonnen. Gott segne sie. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben. Ich kann es nur versuchen. Und CRPS ist eine Entzündung im Gehirn. Eine mysteriöse Krankheit. Die medizinische Forschung und Wissenschaft hat keine Ahnung, was die Ursache ist und so weiter. Nach Medical Medium Maßstäben, nach Medical Medium Wissenschaft sind es Viren, virale Entzündungen. Es sind giftige Schwermetalle. Aber sie hat gewonnen. Und es ist ein großer Sieg für chronisch Kranke. Ein Meilenstein für die Welt der chronischen Krankheiten. Medizinische Forschung und Wissenschaft denkt, dass CRPS nur eine Nervenstörung ist. Oder es ist nur eine Entzündung. Es ist also eine mysteriöse Nervenstörung. Das ist das Beste, was Sie sich einfallen lassen können. Aber in Wirklichkeit ist es eine Entzündung des Gehirns. Und ja, Nervenentzündung. Ich habe über all die verschiedenen Immunerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, die verschiedenen neurologischen Symptome und Erkrankungen gesprochen und darüber, wie all die verschiedenen Viren und toxischen Schwermetalle eine Rolle spielen. In jedem Fall, ich weiß, dass ihr selbst schon viel durchgemacht habt. Viele von euch wissen, wie es ist. Ihr wisst, wovon ich rede. Ihr versteht das vollkommen. Und wenn ihr ihren Dokumentarfilm seht, werdet ihr einfach umgehauen sein. Es ist herzzerreißend. Es geht einem ans Herz und trifft einen mitten ins Herz. Ich möchte euch da nur vorbereiten. Wenn du also sehr, sehr empfindlich bist, solltest du vielleicht eine Weile warten, bis du dich ein bisschen besser fühlst. Denn es ist schwer, sich das anzusehen. Weil es einem das Herz zerreißt und das Herz bricht. Wirklich herzzerreißend. Aber ein Wunder ist geschehen. Und ich glaube, und ich glaube wirklich, und das tut auch Spirit of Compassion, dass dies dazu beitragen wird, die Dinge auf diesem Planeten in Bezug auf chronische Krankheiten zu verändern und den Missbrauch, den chronisch Kranke erlitten haben und den sie eigentlich immer noch jeden Tag erleiden, denn wir sind noch immer nicht am Ziel. Jedenfalls, ich wollte euch das nur wissen lassen, falls ihr das alles nicht mitbekommen habt. Aber es ist wirklich ein Segen. Und die Familie hat wirklich hart gearbeitet, gekämpft, gekämpft, gekämpft. Und Gott war auf ihrer Seite. Und sie besiegten das System. Wie auch immer. Viel Segen. Ich liebe euch sehr. Wir sprechen uns bald. Und wir sehen uns bald. Und wir sehen uns bald.